Er ist genau hier! Ich hab ihn! Moment, ich gebe Deckung! Ich gebe Feuerschutz! Ich zieh nächstes Mal den Kopf, meine Koppel! Ich gebe Feuerschutz! Rebell neutralisiert! Ich gebe Feuerschutz! Rebell neutralisiert! Rebell neutralisiert! Sicher! Weiter gehen! Wir müssen die zweite Bombe finden! Eigenbeschuss! Feind erledigt! Scheiße! Die haben mich in Visier! Hilfe! Ich gebe Deckung! Na hoch! Diese Mistzelle! Rebell neutralisiert! Rebell erledigt! Rebell neutral! Rebell neutral! Prämets! Rebell neutral! Rebell neutral! Rebell neutralisiert! Rebell neutral selbst! Rebell neutralisiert! Ich hab's. Grace, kommst du mir durch? Ich schätze schon. Pass auf! Knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verliere das Ziel nicht. Ach, schade! Wer ist da? Ach, verdammt! Lass jetzt! Was ist los? Ja, Gott, denn durch die Explosion wird es schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur! Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Ah, verdammt! Ritter! Lass ihn noch weiter! Lafayette! Was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird es schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur! Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Feuerteams, halten Sie die Flammen fern von den Zeitstoffleitungen bei den E-23 und A-4. Let's get out here! Ja! Was ist los? Gehe! Das ist los! Verstanden! Ja, ich versuche dich! Entschuldigung! Ach! Oh! Hey! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson! Hören Sie auf mich, Mann. Geben Sie auf! Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind! Beweisen Sie das! Stopp diesen Wahnsinn! Nein! Nicht, solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann! Werden Sie nicht! Dafür! Für, sagen wir! Es ist zu spät. Sebastian! Freund! Sie müssen das nicht tun. Egrane ruft Percival. Meldet sich, Percival. Galahad, bestätigen! Greif, Sebastian! Meldet euch! Bitte! Er blöber! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Grey, um Himmels Willen, antworte. Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Grey, ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Ich bin's. Grey. Grey, melde dich. Wo zum Teufel bist du? Oh, oh, oh. 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 Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Grey. Schon in Ordnung, Izzy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Ich. Mes pensier sind avec vous, messieurs. Mein Beileid. Ser Perseval war ein großer Mann. Unser bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Ich schwöne Liebe. Ich schätze dir. Ich schätze dir. Ich schätze mir du headlightson. Ich schätze dir. Di. er gibt dir keine schuld an dem was passiert ist vertreibt diese gedanken wie kann ich das